Jürgen Kalb ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und Teilnehmer des Fußballturniers bei den Olympischen Spielen 1972 in München für die Bundesrepublik Deutschland. Er spielte im Mittelfeld und in der Abwehr. Kalb spielte bis 1968 beim VfW unter Liederbach und von 1968 bis 1980 in der 1. und 2. Bundesliga bei Eintracht Frankfurt, dem Karlsruher SC und SV Darmstadt 98. Er erzielte in der Bundesliga in 285 Spielen 28 Tore sowie drei Eigentore. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München gehörte er der DFB-Auswahl an, die das Viertelfinale erreichte, aber mit 2 zu 3 gegen die DDR-Auswahl verlor. Dies war das erste Fußballländerspiel der BRD gegen die DDR, wird aber nicht als A-Länderspiel gewertet, da der DFB nur sogenannte Bundesliga-Amateure aufbot. Kalb brachte es insgesamt auf 48 Einsätze in der deutschen Amateur-Nationalmannschaft der Amateure und steht damit an zweiter Position hinter Rekord-Nationalspieler Egon Schmidt. Jürgen Kalb ist auch heute noch sportlich aktiv, allerdings vertauscht er das große, runde Leder mit kleineren Bällen. Seit Jahren ist er in seiner Altersklasse einer der besten Tennisspieler in Hessen und darüber hinaus ein ambitionierter Amateur-Golfer. Er arbeitet als Anzeigenberater für das Höchster Kreisblatt, die Regionalausgabe der Frankfurter Neuen Presse und wird heute noch, wie er berichtet, gelegentlich im Redaktionsbüro wegen Autogrammwünschen alter Fans aufgesucht. Vereine 1968 bis 1975 Eintracht Frankfurt 1975 bis 1978 Karlsruhe SC 1980 bis 1981 VfB unter Lederbach 1981-1984 FK Now 93. Erfolge DFB-Pokalsieger 1974 und 1975 Teilnahme am Olympischen Fußballturnier 1972 in München 2019 1975 14 2016 2020 2019 2019 2019 2020 2019 2020 2020 2021 2020 2020